In diesem Video geht es um die Punktnotation und dazu brauchen wir erstmal eine Klasse. Als Beispiel wollen wir uns eine Klasse Person anschauen. Und ich mache das hier gleich in einem Klassendiagramm. Person hat zwei Instanzvariablen, Vorname vom Typ String und Nachname vom Typ String. Und wir haben eine Methode, Methoden kommen hier in den unteren Teil, und zwar getFullName. Und die gibt zurück ebenfalls ein String. Und zwar soll hier der zusammengebaute Name, also wenn ich hier habe zum Beispiel Angela Vorname, Nachname Merkel, dann soll bei getFullName Angela Merkel zurückkommen. Und Sie wissen, jetzt können wir das Ganze instanziieren und speichern in einer Variable Person P1 im Code. Das ist die eine Person. Und wir machen uns eine zweite Variable P2, die zweite Person. So, und diese beiden Personen haben jetzt Vornamen und Nachnamen und diese Methode, damit wir wissen, wenn wir zum Beispiel den Vornamen von der einen Person haben wollen, von welcher Person wir diesen Vornamen haben möchten, dann schreiben wir P1 Punkt Vorname, damit Processing uns auch den richtigen Namen zurückgibt, beziehungsweise P2 Punkt Vorname. So, was jetzt wichtig ist bei Punktnotation ist, dass Sie hier noch weitere Dinge heransetzen können. Durch dieses P2 Punkt Vorname bekommen Sie einen String zurück, und String ist wiederum eine Klasse, das heißt, Sie bekommen ein Objekt zurück vom Typ String, und bei diesem Objekt können Sie auch Punktnotationen anwenden, das heißt, Sie können schreiben P2 Punkt Vorname, und dann können Sie zum Beispiel die Methode ToUpperCase von der Klasse String aufrufen, und dann bekommen Sie den Vornamen in Großbuchstaben zurück, das heißt, das Ganze hier ist jetzt wieder ein String, und da könnten Sie jetzt theoretisch sogar wieder eine Methode ansetzen, IndexOf, das ist eine Methode, die sucht in einem String, und suchen Sie irgendetwas und bekommen dann insgesamt eine Integer-Variable zurück. Wichtig zu beachten ist, dass Sie immer von links nach rechts auswerten, genauso wie bei arithmetischen Ausdrücken, Processing geht durch diesen Term durch, und löst immer, wenn er einen Punkt sieht, diesen Ausdruck auf, also ruft zum Beispiel eine Instanz-Variable ab, oder ruft eine Methode auf, und das Resultat wird dann eingesetzt, so können Sie sich das am besten vorstellen. Schauen wir uns das im Beispiel an, Sie haben hier einmal die Klasse Person, mit den Instanz-Variablen, mit dem Konstruktor, mit der Methode. Interessant ist hier vielleicht noch, dass Sie eine Instanz-Variable haben, die kein String, kein Int und kein Float beinhaltet, sondern eine weitere Person. Schauen wir uns mal an, was Punktnotation hier bedeutet. Sie haben zum Beispiel P1 Vorname, und das Ganze ist ein String. Dann tun wir das Ganze in ein String rein, und geben uns das aus. Printline X, wenn ich auf Return drücke, sehen Sie hier Harry, Harry Potter, und wenn ich den Vornamen von P2 mir zurückgeben lasse, dann ist das Angela. Fähler, ganz wichtig, das wird von Anfängern häufig vergessen, diese Punktnotation, sonst weiß es deswegen nicht, von welchem Objekt Sie sprechen. Also das hier würde nicht gehen, Person Punkt Vorname, denn es ist unklar, von welchem Objekt Sie den Vornamen haben möchten. Okay, Punktnotation bedeutet jetzt, dass Sie hier so etwas machen können wie ToUpperCase. Das ist eine Methode, die Sie auf dem String aufrufen. Und Sie sehen jetzt hier Harry in Großbuchstaben, und Sie können noch weitergehen und hier zum Beispiel suchen, IndexOf nach Pot, und dann bekommen Sie hier eine Integer-Variable zurück, nämlich minus 1. Ich habe nämlich gar nicht in Harry Potter gesucht, sondern ich habe ja nur in dem Vornamen hier gesucht. Stattdessen setze ich jetzt hier mal die Methode getFullName ein. Schauen wir uns erst mal an, was die generell zurückgibt. Gibt auf jeden Fall einen String zurück. Ja, Harry Potter zusammengesetzt mit einem Leerzeichen hier. Und jetzt machen wir noch mal die andere Abfrage. Wir machen das Ganze ToUpperCase und suchen dann Pot. Und dann sehen Sie hier die Indexzahl 6, wo dieser Teilstring gefunden wurde. Und um zu zeigen, dass das Ganze nicht nur mit Strings funktioniert, setzen wir mal bei P1 den Best Friend auf P2. Also der beste Freund von Harry Potter ist Angela Merkel. Und wenn wir jetzt hier Best Friend einsetzen, dann bekommen wir ein Objekt vom Typ Person zurück. Und Objekte vom Typ Person haben zum Beispiel die Methode getFullName. Und dann bekomme ich ein String zurück. Ja, und Sie sehen hier Angela Merkel, denn das hier gibt zunächst mal das Objekt, was auch in P2 ist, zurück. Und dann rufen wir da drauf getFullName auf. Ja, also so können Sie sehr kompakt mit Punktnotationen, können Sie sehr kompakt Zugriffe auf Objekteigenschaften beziehungsweise Aufrufe von Objektmethoden hinschreiben. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann ist es wirklich sehr elegant. Bis zum nächsten Video.